Was immer kommt, wir helfen Ihnen rasch und unkompliziert. Mit dem Kleinkind Elio konnte die Gemeinde Einachse 20'000 Einwohner begrüssen. Dieser besondere Moment ist mit einem kleinen Anlass gefeiert worden. Der Gemeindepräsident hat den stolzen Eltern ein Geschenk übergeben und redet von interessanten Zahlen. Grundsätzlich ist es eine Zahl einfach, aber es ist natürlich immer eine gerade Zahl, die man 10'000 erreicht. Das ist natürlich etwas Spezielles. Und von dieser Seite her gehören wir jetzt in die gleiche Klasse wie Alschwil. Alschwil und Reinach sind die, die mehr als 20'000 Einwohner haben. Es ist eben spannend, dass zwischen 1960 und 1980 von 6'000 auf 18'000 Einwohner gestiegen ist. Und jetzt in 43 Jahren hat es gebraucht, dass man die 2'000 erreicht hat, mehr als die 20'000 erreicht hat. Die Mutter vom 20'000 Einwohner zeigt sich stolz. Wir haben dann auch gesagt, dass er für uns als Wunder kommt und dann für die Stadt Reinach auch eine grosse Bedeutung hat. Das hat uns natürlich sehr gefreut. Und so beurteilt Reinacher Gemeindepräsident die weitere Entwicklung der Einwohnerzahlen. Mit den Quartierplänen, die wir genehmigt haben, die jetzt in der Umsetzung waren, wird man so bei gegen die 22'000 wahrscheinlich kommen. Und was nachher kommt, ist ganz schwer zu sagen, weil das braucht die Zonenordnung wahrscheinlich noch wieder ziemlich Änderungen, dass man einfach noch mehr in die Höhe bauen würde. Und dass man noch viel neues Land einzonen, das sehe ich nicht, weil ich glaube, das würde ja viele schöne Grünflächen zerstören. Was immer kommt, wir helfen Ihnen rasch und unkompliziert.